So, und willkommen zurück zu Life is Strange 2. In der letzten Folge, ja, wir verstecken uns ja immer noch und jetzt haben wir eine Tankstelle erreicht. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Rucksack. Was sind wir mit dem Rucksack gucken? Essen finden, etwas zu trinken finden, eine örtliche Karte finden. Okay, wir können uns erstmal umwärtig sagen. I know, last night was tough, but tonight will be better. Okay. Rita, you're a long way from home, dude. Hm, was haben wir denn da? Sehr unordentlich. Oh, da schlägt aber jemand drin, ne? Oh, Vögelchen, ich wollte nicht. Oh, ist egal. Das ist eine Familie. Wer ist da? Wer ist da? Mit der Familie reden wir erst gleich. Ich will mir erst mal alles angucken. Oh, was ist das denn hier? Cool. Oh, was ist das denn hier? Wir sprechen. Schauen wir mal. Was ist das denn hier in der Kürbis? Tankstelle? Ach, guck mal, so ein Eisbehälter. Eine Bank. Setzen wir uns einfach mal hin. Ja, ich weiß, der redet dann immer noch. Aber ich drücke immer zu schnell weg. Ähm, ne Zeitung. Oh, nein. Oh, nein. Äh. Äh. Ähm, Polizei sucht nach dem Verdächtigen. Äh. Oh, nein. Was haben wir denn hier noch? Oh, nein. Nachos and cerveza? Äh. Äh. You sound like an expert douchebag. Hey, look. They're gonna teach us spanish. This guy is an idiot. Ähm. 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 Kettensäge. Ähm. Okay. Dann gehen wir mal hier rein, würde ich sagen, oder? Oh. Haben wir das Poster hier schon? Nee. Kostenloser Welpe. im Inneren. Fragen Sie nach... Irgendwas stimmt das aber nicht mit den Hunden, wenn man die kostenlos abgibt. Hallo! Oh, guck mal, hier spielen. Sollen wir das? Wir sind die Wolf-Brothers. Wir haben uns diese Maschine eine Lehre, oder? Ja. Also, wer geht erst? Ähm, du. Du. Ja. Go get her, little brother. Mein Mann. Komm, du gehst. Schick mal, einmal ist das doch okay, oder? Let's go, Cowabare Claw. Please don't touch anything with your dirty hands, okay? Not fair. It sucks. Don't grab so fast. Diese Dinger funktionieren auch nicht, also... Ne? Ähm... Ich bin dabei. Gehen... Ähm... Okay, dann probieren wir es einmal und dann lassen wir es. Wir müssen ja auf unser Geld achten. Oh Gott. Hier we go. Nein! Nein! Nee, komm. Sonst haben wir gleich kein Geld mehr. Sorry, buddy. We can't waste money on that kind of stuff right now. What? That's it? Yeah, I told you. Come on. Let's not waste time on that stupid thing. Not fair. Just one little power bear. I know, Daniel. But look. We're already surrounded by bears. Ähm... Also, jetzt könnten wir halt nochmal spielen lassen, aber wir warten lassen das mal lieber. Müssen die doch auch noch gleich Süßigkeiten kaufen, fällt mir ein. Ähm... Klüsselanhänger... Ach, guck mal, eine Karte. Okay. Wir gucken uns aber erst mal im Laden um. Boah, die kosten 1,99 Dollar. Klau... Nee, wir kaufen einen. Was haben wir da, Sticker? Wenn wir einfach was mitnehmen können, nehmen wir das doch mit. Meint ihr, man kann an dieses Ding die Spielzeug gewinnen? Ähm... Wasser? Ähm... Limo... Was ist das denn? Schnittbrot. Boah, ist das teuer! Ist das Dür hier! Äh, ansehen? Sechs Dollar kostens für Hot Dogs. Ähm... Käse, Macaroni... Oh, dafür haben wir kein Geld. Warte mal. Warte mal, ich will mal ganz kurz was aufheben, die Katze meint hier wieder zu randalieren. Ach ja. Das ist mit dem Kleinen im Moment sehr, sehr anstrengend. Ja. 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 Wir brauchen noch was zu essen. Nehmen wir... Ja, wir haben auch keinen Dosenöffner, ne? Wir nehmen das Brot. Das war hier? Ähm... Ne Karte. Ne Karte brauchen wir auf jeden Fall noch. Ne Karte brauchen wir auf jeden Fall noch. Okay. Okay. Äh... Wir sind zelten, wir leben in der Gegend, wir sind auf einer Autoreise. Wir zelten. Ähm, Papa unterwegs, mit Freunden unterwegs, keine Eltern erlaubt. Ähm, der wartet im Auto, war an wandern. Oh, man. Look at all that food. Dude. Oh, jeez. Oh, das ist doch nett, dass sie uns einen schenkt. Ähm, dann bezahlen wir mal unsere Waren. Oh, man. Was ist das? Was ist das? Ja, ich denke so. Okidoki. Wir holen dich. Und da ist die Schmerz. Was? Oh nein, wir haben nur 15 Dollar. Was ist das? Was ist das? Oh, ein Puppi. Oh, das ist das. Was ist dein Name? Du bist so nett. Ja. Es ist ein Schmerz. Oh, ein Puppi. Sicher. Super cute doggy. You ready? Is this yours? No, just another stray mutt. Aw, he must be sad. What's his name? That's a she. Oh, right. Oh, can we have the puppy? Please? Nicht jetzt, lass mich nachdenken. Das ist dieses Schmerz. Das ist toll. Nein. Philip. Sie sind im Waren nicht. Der ist ein Schmerzer. Sie sind. Ich bin ein Mann. Sie sind. Sie stehen. Sie sind. Sie sind. Okay, wir gehen mal aus dem Land. Laden raus. Und reden mal mit den Leuten, die da hinten in die Ecke sitzen. Ich weiß, mit den Typen da drinnen könnten wir auch reden. Oh nein, die sind weggefahren. Oh Mann. Schade. Ich hab gedacht, wir könnten uns jetzt mit denen unterhalten. Das hätten wir vorher machen müssen. Ein Mülleimer. Nach Essen suchen. Wieso nicht? Ähm. Behalten? Besser als nichts. Ich würde zwar nicht essen. Aber, ja. Na, Toilette. Vielleicht muss er jetzt auf Toilette. Hey. Okay. So. Oh, das ist auch so ein Bär. Ähm, Spiegel. Flasche auffüllen. Hätte man das Trinken versparen können. Mist. Ist nicht schlimm. Gibt's hier noch was? Ach, guck mal da. Die Toilette können wir noch anklicken. Gibt's hier noch was? Ach, guck mal da. Die Toilette können wir noch anklicken. Okay, dann gehen wir wieder raus. So. Wir haben es ja versprochen, ne? Dann müssen wir denen ja auch so einen Schoko-Kurs kaufen. Hm. Haben Sie alle verloren? Uh, nah. Wir sind gut. Wow, das ist eine große Karte. Ja, ich hoffe, ich kann es lesen. Ist das supposed to be Washington? Okay... Ja... Könnte das dann hier sein, wo wir sind? Hier ist ja so ein Zeltplatz, haben wir ja geschlafen. Dass wir hier sind. Oh... Oder hier? Ja... 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 Okay, ähm... Wo gehen wir als nächstes hin? Ja... 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 Wir haben doch alles bezahlt! Was hat das hier für ein Besprechen, flüchten, angreifen? Wir reden mit dem! Ja... Uh... Entschuldigung, Sir. Wir waren einfach... Hiking. Ich versuche. Dann wissen wir, ob du die Wahrheit erzählst. Komm schon. Uh... Aber... Wir müssen gehen. Uh... Es ist okay. Schau, unser... unser Vater ist wundern. Okay. Du kannst ihn von unserer Telefon. Was für ein Arschloch! Wieso? Was... Was hat er denn für ein Problem? Da quatscht er uns einfach von der Seite an. Ach, der hat die Zeitung gesehen, ne? Im Hinterzimmer, ne? Die Polizei will get those two straightened out. I'm sure about this, Hank. I don't know. And they'll be off our property and won't be our problem no more. If you say so, Ben. Well... I'll let you deal with it. Oh. Hey there. You're finally awake? Sorry I had to secure you. But if you're innocent, don't have guilty. Ich werde die Polizei erzählen, dass du mich verletzt hast. Schön, aber ich weiß, wer du bist und was du in Seattle hast. Ich habe es in der Bibel gesehen. Vielleicht sollte ich heißen, um sicher zu sein, dass du ein Bürger bist. Fuck you, Hillbilly. Ich bin Amerikaner. Ich bin... Watch it, punk. Whatever. Ich gehe in die Jäule für das. Ich bin sicher, die Polizei wird von mir über einen... ...fuck wie du. Wo ist mein Bruder? Ich wünsche mir, dass ein bisschen was erledig ist. Ich finde ihn. Wenn du ihn verletzt hast... Ich glaube, dass ich ein bisschen verletzt habe. Ich glaube, dass du keinen zweiten Gedanken hast... ... über ihn in den Mitteln von keinem. Das ist wirklich sicher für ein kleiner Kind. Er ist glücklich. Er wird nicht sein, dass er sein kriminelle Bruder sein wird. Lass mich gehen! Bitte! Du bist der Grund, warum wir diese Wände bauen müssen. Du hältst dich. Ich werde deinen Bruder holen. Wie rassistisch die alle sind, ne? Dann soll man nächstes mal sagen, einer hier Deutsche sind Nazis. Bitte! Kann ich hier etwas machen? Es ist doch sehr dunkel, ne? Wieso können wir nichts machen? Ach, guck mal da. Okay, ich habe etwas mehr Licht. Okay, jetzt gehen wir weiter rüber. Aber auch nicht viel. Ja! Ja, ich glaube so. Das alte Mann schießt mich in die Wurren, aber ich glaube, dass ich ihn verloren habe. Ist er noch nie? Ich bin wirklich, wirklich Angst. Hey, Inanio, du bist toll. Du hast totalen Verletzungen gemacht. Dankeschön, wir haben eine Chance von rauszukommen. Ja? Ja. Wir müssen uns zuhören, aber er hat uns geholfen. Ich denke, Mann. Da muss man einen Weg rauszukommen. Ähm, ich seh nix mehr. Ist das normal? Ach, mein Fernseh ist ausgegangen wieder. Ah, ich das hasse. Dieses Ding geht manchmal einfach aus, ohne dass er irgendwas macht oder so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Im Moment, ich seh nämlich gerade gar nix. Das tut mir so leid. So, jetzt aber. Es gibt ein Fenster da. Vielleicht kannst du ein Weg in oder so. Es gibt kein Weg. Was? Es gibt etwas anderes. Okay, die Hintertür. Okay, die Hintertür. Okay, die Hintertür. Ich glaube, es klappt aber auch nicht. Ich glaube, es klappt aber auch nicht. Okay. Hm. Und hier, lesen. Wie wird der richtige Zeitpunkt jetzt? Oh ja. Im Namen der Handelskammer, wir sind stolz im Leben. wir sind stolz im Leben. ihnen unsere Vorzeigebürger und Vorzeige zu verleihen. Vielen Dank. Ach, das ist so einer. Okay. Ja. Ähm, das können wir... Das ist ein Schlüssel. Ah, guck mal. Wenn wir jetzt noch das Sofa wegheben... Uh... Okay, da holt es was. Hoffentlich. Ah, guck mal. Okay, jetzt müssen wir eigentlich... Guck mal, können wir das Rohr jetzt hier abmachen. Na, Kopfschu... Super. Super. So, jetzt müssen wir ein Stück weiter. Die greifen, kommen wir jetzt schon ran? Okay. So, jetzt müssen wir... Okay. 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 These? Dude! You're Brock. Did that asshole see you? No way. I'm invisible. Yeah, you are. Okay. Now we gotta get my stuff... ...and go. whole house! Hey, glaub ich. Ähm... Sollen wir die Camping-Ausrüstung dann stehlen? Ich mach's mal. Rennen. Ihn K.O. schlagen. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr gemacht hättet. Ich find das immer so schwer. Ähm... Aber der hat uns auch geschlagen, ne? Ich würd den K.O. schlagen. Ich hab's gesagt, dass wir uns... ...along! Sean! Was machst du? Daniel, komm mal. Wir müssen rauskommen. Komm mal. Komm mal. Wait! Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Oh, oh, oh. What are you doing out here, man? You almost scared the shit out of me. You guys okay? You don't look okay. That asshole. At the gas station. You're fucking crazy. He tied me up in his back office. I swear. Dude, today no more. I believe you. Okay? Shit's crazy out in the woods. Get in. You two. Hurry up. Before he catches us. Puh. Ja. Aber ich find, das hat er verdient. Der hat uns auch geschlagen. Und nur weil es so ein rassistisches Arschloch ist, denkt er, der kann mit uns was anstellen, was er will, ne? Also. Ja. Ja. Damn, that is crazy. And I thought I was having a shitty day. I knew that guy was sketchy. Did he mess with you too? He started to earlier. But I bought too much stuff. Just to piss him off. Welcome to Redneck Land. This ain't Seattle no more. We only lived in one place my whole life. Kinda lame. But, well, you're pretty young. You have time. That's what's great about traveling. It gives you perspective. Sometimes maybe too much. Well, don't let it phase you little dude. You're going to meet some amazing people on the road too. That didn't have to get him. You're going to be the same thing. It's okay. We're not stupid. Let's go. I'll meet him. 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 It's about two. So, what should her name be? Hey, your dog. Your choice. Oh, cool. Let's see. How about... Mushroom. She totally looks like a mushroom. Yeah, that's pretty cool. Not much of a girl's name, though. Who cares? I'm sure she loves it. So do I. Alright. Mushroom it is, then. A mushroom. Cool. See, Mushroom, you're not the best name ever now. Mushroom. Nice. I feel like I just witnessed history. You're on your way to becoming official road warriors, my dudes. So long unterwegs? Dix? Äh, du bist, bist du berühmt? Hmm. Hey, no matter what, I just try not to get cynical. Otherwise, I'd be like my family. End of the day, we have to watch out for each other, right? Yeah, you did watch out for us. Thank you. Seriously. Looks like your brother crashed hard. Oh, good. He always goes right to sleep in cars. Yeah, and feel free to do the same. I won't take you personally. What about you? You okay to drive? Oh, yeah. This is my favorite time to drive. Traveling by night is kinda... mysterious. ... Ach, wie schön. Hoffentlich ist das jetzt kein kummiger Typ, der uns auch was will. Och, der Hund. Ah, der Hund. Wie süß. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich will aber wissen, wie es weitergeht. Aber wir können ja keine Folgen, keine Ahnung, zwei Stunden machen oder so. Und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich würde mich gerne, also ich würde mich auf ein Like von euch freuen. Und wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Ähm, ich glaube, ich habe auch meinen Kanal oben rechts, ne, links verlinkt. Sonst halt auch in der Beschreibung. Und danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Aber im Jahr wärdling... ...